Friede sei mit Ihnen! Ich begrüße Sie im Raum des schamanischen Wissens. Sie haben die Schamanen Aila angeschrieben und nun möchte ich mich persönlich an Sie wenden. Ich bin Schamane. In meinem Ahnenbaum gibt es zwölf Generationen von Schamanen. Das sind die, die ich kenne. Was war vorher da? Oh, die Geister erzählen mir immer noch davon. Ich lade Sie ein zu sehen, was in unserer schamanischen Welt ist. Wenn Sie auf eine unserer Anzeigen im Internet geantwortet haben, wissen Sie, dass Ihr Herz darauf reagiert hat. Nicht Ihr Verstand hat reagiert, sondern Ihr Herz hat gespürt, dass es hier etwas Gutes gibt. Und so ist es auch. Ich bringe alte Traditionen zurück. Ich habe ein Programm, Kraft der Ahnen, entwickelt. Und bei jedem Menschen in jedem Land finden wir die wichtigen Punkte, wie man seine Ahnen, die gesamte Vergangenheit verändern kann, um die Zukunft der gesamten sieben Generationen zu beeinflussen und zu heilen. Ich freue mich sehr über die Fragen der Menschen und beantworte sie auf allen möglichen Messengern. Sie können mich sowohl auf Facebook als auch auf Instagram finden. Sie können mir eine Nachricht auf Telegram schicken. Sie können mir eine Nachricht auf WhatsApp schicken. Bitte, ich widme meine gesamte Freizeit der Beantwortung schwieriger Lebenssituationen von Menschen. Außerdem ist es uns dank vieler Helfer gelungen, eine sehr nützliche Website zu erstellen. Sie können sie unter diesem Link sehen. Und schauen Sie sich unbedingt die Tipps und Artikel für alle Gelegenheiten an. Dies ist die Sichtweise der Schamanen. Viele Menschen glauben, dass der Schamanismus eine alte Kultur ist, als ob Geister eine Erfindung der alten Schamanen wären. Aber das ist nicht wahr. Zunächst einmal sind die Geister von Wissenschaftlern nachgewiesen worden. Und im Jahr 1950 wurde durch viele Experimente bewiesen, dass die Geister existieren. Sie kommunizieren mit Menschen. Sie können gut und schlecht sein. Sie wollen den Menschen wirklich helfen. Und ich bin ein Schamane. Ich erzähle der Welt davon. Das bringe ich den Leuten bei. Sowohl auf meiner Website als auch in dem schamanischen Buch habe ich versucht, diese ganze Tradition zum Ausdruck zu bringen. Ich wollte der Welt und insbesondere ihnen zeigen, dass der Schamanismus eine uralte, natürliche Kultur ist, die heute für jeden geeignet ist. Und es ist einfach, effektiv und sehr modern. Indem ich die Probleme der modernen Menschen untersucht und die Geister um Rat gebeten habe, habe ich speziell für sie die stärksten und ältesten Rituale, Ahnentraditionen, Traditionen für die Arbeit mit den Ahnen, Traditionen für die Arbeit mit ihrem Familienbaum, Traditionen für die Kontaktaufnahme mit den höheren Geistern, die über ihre Ahnen wachen, gesammelt. Sehen Sie, das sind sie, die Älteste der Ahnen, die Schamanen der Ahnen, die Heilerin der Ahnen. Das heißt, die Person, die die ganze Kraft der Ahnen spürt und bereit ist, sie zu heilen. Und das sind all die Kräfte, die Geister, die ich ihnen vorstellen werde. Wir haben nicht nur einen Kurs, wir haben eine Online-Schule, über die Sie ein Jahr lang jeden Tag morgens schamanische Lektionen erhalten können. Beginnen Sie Ihren Morgen gemeinsam mit mir. Planen Sie gemeinsam mit mir Ihren Tag. Gemeinsam mit den Geistern können Sie die Situation in Ihrem Leben verändern. Und gemeinsam mit mir können Sie versuchen herauszufinden, warum ich, die oberste Schamanin der nördlichen Völker, den Schamanismus so sehr mag und in der ganzen Welt darüber spreche. Wenn Sie es ausprobieren, werden Sie verstehen, dass es einfach, modern und sehr effektiv ist. Willkommen in unserem schamanischen Raum. Schreiben Sie uns und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Willkommen in unserem schamanischen Raum. Schreiben Sie uns und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.